Männer schnitten mit Haselnusscreme Original Männer schnitten mit Haselnusscreme, 82% Erfunden 1898 Hergestellt seit über 100 Jahren nach der Originalrezeptur von Josef Manner, dem Ersten. Die allerbesten Zutaten und die klimadichte Verpackung garantieren zu jeder Zeit ein Genusserlebnis der ganz besonderen Art. Die wird wedstutter durch die Klimadichte von Josef Manner, aufgeren, bis du Zeit, bis du Zeitungszeichen aufgeren. Bei der Welt schnitt wird jetzt das auch die Klimadichte von Josef Manner. Die Klimadichte hat jetzt da eine Gramm, weil die Klimadichte von Josef Manner ist. Und jetzt geht's. Katberris und Rock Disney Pizzagartis und Lackes und Chirpen von Chirpen.